Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hi, ich bin Matt Lowers Cousin Stephen McCormick. Unsere Mütter sind Schwestern. Wir ersticken an industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Amerika ist vollkommen verfettet. Wir ersetzen Naturprodukte durch Chemikalien, Zusatzstoffe und raffinierten Zucker. Wenn wir so weitermachen, wird das hier unsere Zukunft sein. Das sind fliegende Autos, aber ihre Insassen sind zu fett. Oh nein, da ist mein Baby drin. Ohne eine drastische Ernährungsumstellung steuert Amerika auf eine Gesundheitskatastrophe zu. Mehr dazu auf unserer Webseite unter www.pbs.com. Also www. das Wort W dreimal. Das Wort .pbs. Nochmal das Wort . Das Wort .com. Es gab ein Missverständnis bei der Registrierung der Seite. gespielt. Das Wort . Vielen Dank.